Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen das Tool Google Trends vorstellen. Dieses Tool ist kostenfrei und Sie können damit sehr gut Keywords nach Ihrem Potenzial einschätzen. Wenn wir bei dem Beispiel Rasenmäher bleiben, dann sehen Sie, dass das Suchvolumen Ihnen im Jahresverlauf angezeigt wird. Sie können das Ganze noch ausweiten, über fünf Jahre beispielsweise, und zurückverfolgen bis 2004. Wenn Sie die letzten fünf Jahre eingeben, dann sehen Sie, dass immer zum Frühjahr hin das Suchvolumen von Rasenmähern gestiegen ist, was nicht weiter verwunderlich ist, und das Suchvolumen ist einigermaßen konstant geblieben. Das bedeutet, Sie haben hier ein Produkt, was in der Nachfrage konstant geblieben ist. Es könnte aber auch sein, dass Sie Suchbegriffe haben, wo das Suchvolumen steigt, dann ist eben das Potenzial zunehmend erhöht oder aber sinkt, dann ist das Potenzial für dieses Produkt oder aber auch für den Suchbegriff gesunken. Das heißt, entweder die Kunden suchen ein bestimmtes Produkt nicht mehr oder Sie suchen nach Synonymen, also nach ähnlichen Begriffen. Auch das ist möglich. Sie können das Ganze dann auch vergleichen mit anderen Begriffen. Wir nehmen hier einmal plakativ den Begriff Schlitten und sehen dann, dass antizyklisch dazu immer im Winter das Suchvolumen zu Schlitten steigt. Und je nachdem, wie ausgeprägt der Winter offensichtlich war, desto höher oder niedriger ist dann auch das Suchvolumen zu diesem Begriff. Auch möglich ist dann, dass Sie das Ganze sortieren und eingrenzen nach bestimmten Ländern und Regionen oder aber, dass Sie auch sich ähnliche Suchbegriffe anzeigen lassen, die also im Kontext des initial eingegebenen Suchbegriffes stehen. Vielen Dank.